Ja, moin Freunde und willkommen zurück auf meinem Kanal. Ja, falls ihr euch das jemals gefragt habt, ja, ich stehe auf Pommesgabeln. Ich würde Pommes jetzt nicht mal als Lebensmittel bezeichnen, das bei mir ständig stattfindet. Definitiv nicht, aber ich mag diese kleinen Scheißerchen ganz gerne. Und da ist es mir dann auch, hoppla, entschuldigt, total egal, ob das wie in diesem Fall hier eine Custom-Pommesgabel von Heidi Blacksmith ist. Heidi, ganz lieben Gruß raus. Ich liebe das Teil über alles. Ja, günstigere Sachen aus China, wie hier die Tito Titanium mit zwei Spießen. Die ganz günstige Edelstahl-Variante von Amazon, von MetalGabel.de, die fast die perfekte Form hat, meiner Meinung nach. Von UG Tools, 3D gedruckt, Titan, auch ein richtig cooles Teil. Ja, die fällt dann doch ein bisschen aus dem Rahmen, ne? Das dann doch eher, ja, für ganze Kartoffeln, würde ich sagen. Aber all das verblasst gegenüber dem, was ich euch jetzt zeigen möchte. Die fünf Kameraden schiebe ich jetzt einfach mal ein Stückchen nach oben, so, dass es einigermaßen hübsch aussieht. Die ASW, die Altonaer Silberwerkstatt, ja, hat den Vogel abgeschossen, meiner Meinung nach. Die haben tatsächlich einen Pommes-Pieker in Sterling Silber rausgebracht. Bekommt er in diesen nachhaltigen Pappverpackungen, schön mit einem Gummi drum, finde ich ziemlich cool gelöst. Ja, und die nennt sich dann ASW1 Pommesgabel Sterling Silber. Ja, ich hatte sie schon mal kurz hier. Habe sie dann mit anderem Zeug wieder zurückgeschickt, um dann jetzt nochmal eine für ein Video zu bekommen. Also ich darf das Teil sogar schon zum zweiten Mal begutachten. Und ja, nur aus diesem Grund habe ich dann auch meinen Sterling Silber Füllfederhalter nochmal rausgegraben. Der ist ja sonst eher dann mittlerweile Safe Queen, Vitrinen Queen, wie auch immer man das nennen möchte. Aber zur Feier des Tages durfte der dann auch nochmal an die frische Luft. Denn, ja, also ganz ehrlich, ich weiß noch nicht, wie ich das Video nennen soll. Vielleicht Geschenke für jemanden, der wirklich schon alles hat. Also das ist mal richtig, richtig geil. Ich vermute mal, das hier sind Angusspunkte. Wir haben so eine schöne Rahmenkonstruktion, das heißt so teilmassiv, nach innen so ein ganz klein bisschen ausgehöhlt. Die Spitzen und die Flanken sind wunderschön poliert, leicht gerundet, das gefällt mir ausgesprochen gut. Wir haben natürlich alle relevanten Stempel. Wir haben sowohl den ASW-Stempel als auch das 925 für Sterling Silber. Allerdings weiß ich nicht, was die anderen bedeuten. Da wäre es ganz cool, wenn Maxi oder jemand aus dem Team der ASW beziehungsweise Knife Lounge da noch einspringen könnte. Ich finde es immer wirklich, wirklich interessant, was die Stempel auf Silberwaren so zu bedeuten haben. Gerade auf älteren Sachen, auf Schmuckstücken, kannst du über die Stempel ja deinen Herkunftsort und Hersteller und alle möglichen Dinge noch herausfinden. Das wäre also immer wirklich interessant. Davon abgesehen, bringt das Teil natürlich auch Gewicht mit. Wir sprechen hier von einer halben Unze Sterling Silber. Ungefähr 15,1, 15,2 Gramm, sowas um den Dreh. Bei 15,55, glaube ich, wären wir exakt bei einer halben Unze. Ja, also sprechen wir mal nicht über den Preis. Wen es interessiert, der schaut bitte gerne in die Videobeschreibung. Wirklich, also das ist dann ein Geschenk für jemanden, der wirklich schon alles hat. Die kostet. Schwamm drüber. Die kostet. Also Punkt. Ende der Geschichte. Gewicht nochmal eben zum Verifizieren. Ja, 15,1. Hatte ich auch so im Kopf. Hab sie natürlich schon mal gewogen. Zur Form. Ich finde, dass die MetalGabel.de hier, dass die die perfekte Pommesgabelform hat. Und wenn ihr das euch mal anguckt, dann ist das hier fast wie eine Blaupause. Das heißt, diese drei, die Titan, das ist die, heißt die jetzt Feierabend? Ich glaube, die heißt Feierabend. Wegen des integrierten Kapselhebers hinten. Die drei sind natürlich prädestiniert als Pommesgabeln. Hier sind die Zinken fast einen Hauch zu schmal. Hätte ich mir fast gewünscht, dass die ähnlich ausgeführt sind wie bei den anderen beiden. Nichtsdestoweniger funktioniert die absolut großartig. Also die drei in der Reihe, also wir sprechen von, weiß ich nicht, 5 Euro. 35, 38 Euro für die Titan 3D gedruckte. Natürlich inklusive der kleinen Hülle. Und ja, sprechen wir nicht weiter drüber. Also wild. Aber nichtsdestoweniger muss ich sagen, ich finde es einfach so, so geil, so ein Teil dann einfach in Sterling Silber verfügbar zu machen. als Altona Silberwerkstatt, als Laden, der sich auf die Fahne geschrieben hat, geiles EDC-Zeug anzubieten, der jetzt über die Nahe Flauen stand. Dann auch einfach zu sagen, wir gehen mal hier back to the roots und machen einen EDC-Gegenstand in dem, was eigentlich unser Kerngeschäft und unsere Kernkompetenz ist, nämlich die Verarbeitung von Silber, finde ich absolut traumhaft, traumhaft gut. Ich hatte der Maxi noch ein anderes Projekt vorgeschlagen, vor nicht allzu langer Zeit. Weiß ich nicht, ob das irgendwie noch zur Diskussion steht. Da ging es darum, dass wir dann vielleicht auch innerhalb der Szene vielleicht so als kleines Anlageprodukt vielleicht dann auch mal so kleine Gussbarren erwerben können, die dann vielleicht auch einfach einen fetten Knife-Lounge-Stempel tragen und dann die Bezeichnung dann fürs 925er Sterling Silber. Die könntest du dann auch einfach, was die Größe angeht, bei einer Unze ungefähr so als kleinen Worrystone in der Tasche mittragen. Das Ding wiegt dann 31 Gramm. Ich meine, viele von den Sachen, die wir in der Hosentasche haben, sind deutlich schwerer. Und das wäre halt eine coole Sache. Und wenn dann noch passieren könnte, dass der Preis einigermaßen im Rahmen ist, dann wäre das ja vielleicht sogar eine Sache, wo man dann sagt, vielleicht nicht als Geldanlage, weil damit wirst du niemals Geld machen können. Die Händler müssen auch leben und die müssen den Preis entsprechend ansetzen, dass sie auch was damit verdienen. Das ist ja vollkommen klar. Wenn du Anlage Silber brauchst, dann gehst du besser woanders hin. Aber das dann vielleicht einfach so, ja, weiß ich nicht, zusätzlich zu dem Fidget-Gedanken, vielleicht auch noch so diesen Spar-Gedanken mit einer Anlage in Silber. Ich finde das geil und ich wäre auf jeden Fall an Bord bei so einer Geschichte. Und das hier finde ich auch einfach nur so, ja, ich finde es einfach spitze. Sowas musst du mal bringen. Es wird sicherlich Leute geben, die sich das leisten können, die sich das erlauben können. Ich finde die Idee einfach nur geil. Die Ausführung ist fantastisch, die Verarbeitung ist super. Die Handlage mit diesen 15 Gramm, dann das Gefühl, dass du dabei hast, wenn du echt da stehst, vielleicht dann noch im Stadion und deine Pommes dann mit der Sterling-Silber-Gabel futterst. Das ist auch einfach nur genial. Also es braucht mehr solche verrückten Ideen, ganz, ganz ehrlich. Ich habe mich jedenfalls tierisch gefreut, dass ich die Chance hatte, euch das Gäbelchen nochmal zu zeigen, dass die Knife Launch, dass die mir einfach nochmal eine rumgeschickt haben. Ja, coole, 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 coole Sache. Für alle, die es interessiert, Link ist selbstverständlich unten in der Videobeschreibung. Nehmt das nicht zu ernst. Ich will jetzt auch kein Bashing hören, ne, 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 Preis und so weiter. Wissen wir alle, ne, dass, das, you're stating the obvious. Aber, ne, da geht es heute nicht drum. Es geht einfach nur darum, dass das eine geniale Idee ist. In diesem Sinne, danke ich euch allen fürs Zuschauen. Und ich wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend, wann immer ihr dieses Video schaut. Und ich sage wie immer, wir sehen, hören und lesen uns schon bald wieder. Bis dahin, bye, bye.